und da bin ich wieder und gerade sind hier in der Stadt die Lichter ausgegangen denn es wird wieder Tag und ähm ach ja die Musik ist wieder ausgegangen ich weiß jetzt einfach nicht was da los ist vielleicht darf ich einfach nicht sprechen vielleicht ist es das ich probiere aber gleich mal wieder die Angst machen ich muss es immer wegschneiden das ist halt nervig das ist ätzend was will man aber dagegen machen so hier gibt es irgendwelche Nachrichten blablabla verstanden noch eine Nachricht ja alles klar mache ich schon oh alles klar ich baue ein Stadium aber doch nicht neben dem Park das mache ich hier so hin da müssen halt ein paar Bäume ich würde es gern so ein bisschen mehr abseits so damit ich nicht so viel weg machen kann bis so ein bisschen weiter weg ist und ich kann es nicht mal machen dann mache ich halt einen Sportplatz ja gut Sportplatz mache ich dann hier so den würde ich auch gerne drehen gut dann drehe ich ihn halt nicht geht es ja nicht dass man nicht drinnen kann schade ja gut dann baue ich halt gar nichts hin so dann eben nicht spiel okay wir kommen hier jetzt wieder raus so ist etwas ruhig geworden denn ja warte kurz so ich weiß nicht wie lange die Musik noch hält ich hoffe einfach mal lang genug so ich produziere einfach mal drücken was nein darauf soll sie gehen die kann ich eh nicht machen wenn ich mal die die ganze Stadt ist stolz auf sie ja das ist doch natürlich ist auch klar Stolz wie ein Adler wieso wie ein Adler nicht wie ein V ganz bestimmt nicht was ich will nicht dass die Leute so stolz sind wie Adler und nicht wie V Wasserversorgung reparieren äh ok was ist denn mit dem Wasserton mhm mhm ok gut dann brauche ich wohl noch ein paar mehr Wassertanks ja da werde ich wohl ein bisschen Vieh schneiden müssen diese Folge Grund ist ähm wenn ich zu Hause aussehen will dann geht er immer zur Seite dann sieht man äh um diese Leiste ach keine Ahnung ich schneide es einfach raus mhm ja 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 hat ein Wasserversorgung verrieren ich muss erst mal neu sortieren hier wo bin ich denn gerade was muss ich denn gerade machen alles klar habe ich das neues vollgeschaltet ein Werkzeugladen ok wo wird sich da in dieser alles klar da passt perfekt hin was ist das denn ein hammer das ist ja der hammer äh das muss ich den muss ich denn ich bin ich habe euch wohl noch ein bisschen mehr Holz ne also langsam kommen jetzt immer mehr Werkzeuge und so ein äh so Ressourcen und so ich glaube das wird richtig äh kompliziert irgendwann ja 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 erstmal Wasser ich bin kein 6.000 dann kriege ich mir mein Geld die Sommerzahl an die Bewohner ja das ist wirklich praktisch du bist ja auch das größte ausländische was ist denn das hier das ist eine Aufgabe okay Verwaltung muss ich mir kurz vorbeischauen mit einem Stadtlager steckt die Specherkapazität okay das mach ich mal eben alles klar so eine richtige Fabrik alles ist das äh ich will mal kurz gucken wo ich den stellen kann na ich würde den drehen ich finde das so blöd man kann ich kann das nicht ich kann nicht nein die denn hier so haben es hat irgendwie was ja meine Güte so guck mal hier jetzt bist du verbunden mit allem quasi was kann ich denn mit dieser Halle jetzt machen alles klar kapazität erhöhen ist noch nicht ein Park mit kleinen Brunnen okay wie kriege ich jetzt Geld ich will Geld wie kriege ich mein Geld äh ich muss erstmal wirklich da hier reinkommen wieder ein Wohngebiet wo ich bin da nicht mehr mit der ich komme gar nicht hinterher mit den Häusern würde ich sagen ähm das ist nicht das was nö zum Glück nicht ähm da habe ich schon genug hingebauten mein ich versuche mal kurz äh hier die Straße und weiter naja stimmt es ging ja nicht wegen der See über gut nein da würde ich keine Straße bauen Hä ist der See oh ich dachte gerade der See ist weg das wäre das allerschlimmste dann machen wir mal hier langsam Häuser hin außerdem bräuchte ich ich muss äh ich ja weiß nicht ich bräuchte langsam diese Erweiterung hier das ganze Gebiet hier kann ich haben ab wann ab Level 10 ach so die muss ich dann mir irgendwie kaufen wahrscheinlich yeah jetzt kriege ich ein paar Münzen was ist denn hier mit diesem Heekchen gar nichts okay ah da kann ich wieder was machen zack und jetzt kann ich den äh coolen Wasserturm hier bauen nein das brauche ich nicht das hier brauche ich genau so einmal geht was der Bürgermeister von Limmering hat angerufen sie will die Ware kaufen ja gut also warum nicht ich glaube wir haben da keinen guten Deal gemacht aber egal ich brauche die Münchnerin ich brauche das Geld ich mach mal das hier so ein Hammer kann ich wahrscheinlich noch nicht ja gut da warte ich mir eben mal so zack und da auch gleich das wechsel aus dem Boden das ist jetzt nicht mehr aber da entstehen noch richtige Hochhäuser jetzt muss man eben gucken jetzt haben alle wasser gut das ist bis auf der hier doch wird auch Wasser okay dann habe ich erstmal alles erreicht glaube ich ich habe keine Ahnung wie lange diese Folge schon geht ich glaube schon lang genug oder äh 5 haben wir leider nicht erreicht das macht glaube ich nichts ich äh habe gesagt ich spiele außerhalb habe ich noch nicht gemacht ähm ich glaube diesmal wirklich und dann versuche ich mal ein bisschen hier zum Strand hinzubauen und dann äh sehen wir uns in meiner riesigen Großstadt irgendwann dann mal wieder so bis dann ciao